Ich glaub zumindest, dass er immer ist. Nein, Karpfen. Aber was vorhin? Nee, nee. Wer sitzt da? Halt dich nicht, Ultraleilute, Ultraminikarpfen. Das ist mal scheiße, was das ist. Ultraleit Karpfen. Auf Ultraleit. Ausgestimmt. So muss das sein. Passender Fisch, da passen wir den. Was meinst du, wie halbermäßiger Fisch? Ein totaler Kerl. Das war auch ziemlich entstrengender Fein. Ich hab das schon gemerkt. Ein schöner Fisch. Und jetzt, wo wir den Karpfen verliehen. Wir schieben auf den Boden. Aber in einem zuntenmaßigen Karpfen. Also. Da ist es nicht los. Was ist das schweig? Schweig. Wissen Sie, mit dir auswartet. Wissen Sie, mit dir auswartet. Wissen Sie, mit dir auswartet. Hier kann ich runter Scheiße, rechts piepst es auch Die Maschine ist zu stark hier Eis, was sind wir wieder? A.M. 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 Scheiße, die Leute in die Pfanne. Das war's. Das war's. Das war's. Der geht von den Kiemen, aber das ist nicht so wild, aber generell... Der geht von den Kiemen, aber das ist nicht so wild, aber das ist nicht so wild.